Malon, bitte, schnell, schnell, jetzt warte, äh, es geht um Leben oder nicht Leben, wohin denn, ah da oben, ist ganz richtig, dann gibt es ganz, au, wie kannst du überhaupt, Tja, wenn ich das wüsste, ne, ich bin ganz einfach, ich will draus, okay, dann habe ich mich nach oben gegraben, dann habe ich gedacht, ja, ja, okay, es ist halt nicht zu tief, mein Gott, und habe es dann versucht, bist du dich hinter mir, ja, gut, Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich ertrunken bin, wenn du runterfallst, dann ist so ein, da, wo wir vorhin die Krake gesehen haben, Ja, ich weiß, wo ich ertrunken bin Ach du, du wirst gleich geschlagen, nein Hä? Kann man dir irgendwie helfen? Warum war es denn da jetzt für einmal dunkel? Dass ich jetzt schweren kann, dass ich hier ertrunken bin Ja, ich habe meine Sachen wieder Ach, lol, du bist auch rausgekommen Hä, schwuler Pirat Okay Nein, auf keinen Fall Doch, ich mache jetzt mein Getreidefeld Ah, verdammt Hä, und wer hat die Seeds nur? Die hole ich mir jetzt Du bist so ein Arschloch Nein, keine Sorge, du bist keins Aber manchmal Nein, du doch nicht No, weil mein Haus cool aus Boah, das wird schon wieder fast Damage gegeben Ey Du hast echt drauf Leck mich jetzt am Arsch, okay Ich bin immer noch so unterm Adrenalinschock, also Ich weiß, ehrlich gesagt, dass ich Wenn ich alleine spiele, lieber doch Tja, die Monster auslasse Ich hab die immer an Ja, du sagst, du, ich hast noch gesagt Dings, ähm, ja, ähm, warte Du hast nur einen Online-Modus an Ach, du bist ein Arschloch Ich hab dich nicht mit einem Schwert gehauen Na, und jetzt sind wir gerade dadurch Immer Immer Ja, klar, immer Wann hab ich dich bitte das letzte Mal geteilt? Ja, ich will nur mal gucken Woher laust du denn? Höh, das war jetzt eigentlich voll die billige Ausrede Ja, ich will nur noch Ey, was hast du gegen Kuchen? Mann, es gibt Pfannkuchen mit Hackfleisch Boah, das schmeckt so lecker Nice Endlich kann Regen Was kann man jetzt eigentlich mit einem Kürbis machen? Aufsetzen Äh Ich werde zu einer Check-Oller-Turn oder wie das Zell da heißt Machen und dann aufs, äh, hinstellen Es reicht jetzt, okay? Los, 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 schlag mich Ich kann Du darfst mich auch schlagen jetzt Nein Auf, komm Danke, ich glaub, das hab ich sogar verdient Hey, das sieht so billig aus, die Maske Kann man den Kürbis nicht fressen oder so? Nicht? Nein. Dann kann man echt nicht fressen. Nein. Ey, ich wollte nur mal sicher gehen. Ah, das Gras weitelt sich in mir nicht aus. Nein! Ah, scheiße! Das habe ich eh nicht bedacht. Ach! Aber das habe ich doch vorhin auch gesagt. Doch, habe ich? Nein. Egal, jetzt... Das ist jetzt... Nee, es ist nicht. Also, ich dachte immer, das war vor 10 Jahren. So, dass grünes Wasser rauskommt. Das heißt natürlich auch so... Ich bin schon Kanalarbeiter. Das ist cool. Pädo. Äh, was wollt ihr jetzt machen? No. Ach ja, genau, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Essen! Nee, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass ein Mensch essen muss? Nee, jetzt mal im Ernst, da gibt es echt so manche Genies, die denken, dass Menschen essen müssen. Krass. Du kannst auch nicht sleep at night. Ja, Mann. Ein Fan. Oh, ich weiß nicht, wo ich meine scheiß Köbislaterne hin tun soll. Ich hab' genug. Genug! Wie viel? Null. Kann man so sagen. Okay. Ey, stöberst du grad meine Kiste durch? Nein. Ich bin in meinem Haus. Du laberst eh nur. Genau so sieht's gut aus. Oder auch nicht. Weiß noch nicht. нич Dankeschön. Und da wenig. Das sieht gut aus. Ja, da steht jemand. Ja, ja, da steht jemand. Ey, du Peter, was suchst du in meinem? Ich mach' noch irgendwas hin. Ich mach' mir jetzt nen Eimer und hol' dein Wasser. Hier, hast du. Ich hab' schon nen Eimer? ja schon zwar und da ist noch ein Wettel hier wann hast du das jetzt gemacht als du noch unten warst ich bin ja ertrunken komm ich in Penn Alter ich komm nicht durch die Tür also die Volk die Volken werden lange genug reichen oder so ja wir haben jetzt irgendwie schon 2 Stunden oder so ja ich weiß was du schon damit meintest ja ok ja was ist denn los glaubst du nicht auch dass viele Leute zu mir sagen dass ich verrückt bin ich bin einer der Leute ich weiß gar nicht was ich jetzt sagen soll sicher ja etwa das war gerade ne doof die Idee von mir hier weg ich war doch gar nicht ich bin ich bin ich bin du wirst mich umbringen du wirst mich umbringen du wirst mich umbringen oh Gott jetzt verpist er sich du bist so eine kleine Pussy kommt zurück ja ich bin du bist ein Arschloch du bist ah ich bin lass mal jetzt Sachen liegen Ja, die liegen da noch Eh net Das ist bestimmt erstmal Diamant eingesammelt Apropos Apropos Diamant Ja, das waren ja nur zwei Ja, eben Ja, komm, also Jetzt tu net ein auf Mitleid machen Ich weiß, du hasch mich Also, wir könnten ruhig jetzt in die Kommentare schreiben Wenn die Folge draußen ist Oder wie wir schon davor erwähnt haben Welches Haus besser aussieht Wir könnten es ja dann mal auszählen Oder Ed Jeder, der wo Geschmack hat Weiß, dass einfach meins besser aussieht Hey Ja, ich hab sogar zwei Wir könnten ja mal den Brenntest machen Wir könnten ja mal den Brenntest machen Hab ich gar nichts gemacht? Net Ne, lieber nicht Also ich Ja, warte, ich will noch Ich will nur noch kurz ne Kleinigkeit erledigen Damit ich nicht so Außer Takt komm Achso, nicht Äh, ich will auch noch Er hat sich voll schwul an Ich möchte doch nur noch kurz zwei Zuckerrohr anpflanzen Was ist denn da? Egal Hey Marlon, ich hab dieses Gefühl Das wird hier heute ein Riesending Was? Ja, das ist die Party des Jahres Das sagt mir mein Instinkt Heute sind alle dabei Heute haben sich hier alle getroffen Und ich frag mich grad, warum ich mit Schwert Ah, perfekt Jetzt hol ich mir noch ne kleine Zillmerpflanze Oder wollen wir es jetzt aufhören? Ja, okay, warte dann Dann lass uns wenigstens noch ein kurzes Gruppenfoto schießen Wo machen wir es? In meinem Haus Weil Hey, aber Ne, meins hat nämlich einen besseren Ausblick Ja, du kommst jetzt mal zu mir? Ja, aber das sieht man Das sieht man gar nicht Oh, hab ich ein Sixpack als Neger Ah, ich bin der Typ von A-Team Okay, komm, wir machen hier jetzt einmal ein Punkt Guck mal, wenn du draufst, das grüne Wasser runter Das passt nicht Guck mal, weißt du, was ich von deinem Haushalte? Ah, so richtig dünn Fisch, was